Ich überlebe es sehr oft, dass ich junge Menschen habe, die sagen, ich möchte Führungskraft werden. Dann sind sie ein Jahr in dieser Position und merken, dass der Umgang mit Menschen, dass es doch schwieriger ist als das, was man sich hier vorstellt. Mein Name ist Josef Bihammer, ich bin 52 Jahre und bin heute Geschäftsführer der Biplus Automotive GmbH. Die Biplus GmbH gibt es seit 1996 hier in Deckenorf und ich bin selber jetzt 2015 dazugekommen, damals zu einer Zeit, als die Firma etwa 100 Mann groß war und im Bezug der weiteren Expansionsmöglichkeiten auch jemanden gesucht hat für Marketing, Kommunikation und Produktmanagement. Das war damals für mich genau die ideale Größe. Nach meiner Erfahrung jetzt im Bereich eines Konzernunternehmens wollte ich gerne wieder zurück in ein kleines Unternehmen. Zeitgleich gab es auch die Möglichkeit, eine Tochterfirma mit aufzubauen. Das war dann parallel zur Marketingverantwortung eine tolle Herausforderung mit dem Wissen, internationales Management in einem Konzernunternehmen aufgebaut zu haben, tatsächlich auch von fast Null weg, also ich war damals der zweite Mitarbeiter, eine Firma aufzubauen. Die Biplus Automotive GmbH hat heute 70 Mann, die wir jetzt in den Unternehmen haben. Die Biplus Gruppe selber etwa 250. Das Wichtigste ist erstmal auf sich selbst zu hören, mal rein zu hören, mal herauszufinden, welcher Typ man selber ist, möchte ich denn eigentlich, möchte ich mit Menschen arbeiten, möchte ich nach vorne gehen, möchte ich eine Verantwortung für ein Unternehmen und den Unternehmensbereich auch ausführen und traue ich mich diese Verantwortung auch zu. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wo er seine Fähigkeiten hat. Also grundsätzlich haben wir einen sehr guten Auswahlprozess, was das anbelangt. Das heißt, wir haben jedes Jahr Mitarbeitergespräche, wo wir auch sehr früh erkennen, welche Fähigkeiten der Mitarbeiter hat, wo er tatsächlich seine Stärken hat. Das heißt, das sehen wir oder können wir sehr gut vorhersehen, wer ist ein Potenzialträger für eine Führungsaufgabe, wer kann sich das zutrauen. Das heißt, wir schicken keinen auf eine Führungsaufgabe, wo wir jetzt schon sagen, naja, bin man ja nicht sicher, ob der nicht doch wieder umbringt, da machen wir uns sehr viele Gedanken. Und daher sind das Thema Karriereplanung mit Fachthemen oder Führungsthemen, das ist schon sehr gut beplanbar und auch vorhergesehen von uns, zumindest von der Unterstützungsseite vom Management jetzt her. Ich bin da ganz fest überzeugt, dass eine Führungsposition, die man zu früh angeht, auch in eine falsche Richtung gehen könnte, sondern man muss natürlich eine Führung zu haben, setzt es voraus, dass man eine gewisse Basisexpertise hat, einfach nur um eine gewisse Kompetenz zu verkörpern. Und man muss sich selber auch das Gefühl geben, ich weiß, warum ich es mache und warum ich in die Richtung gehe, wo ich mich vertiefen möchte. Also ich glaube, diese Findungsphase für einen selbst, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den kann man keinem abnehmen, aber die muss irgendwo schon mal abgeschlossen sein. Also ich würde schon sagen, das kann man klar trennen, das kann man aber nicht von vornherein sagen, ich bin der oder der Typ, sondern das muss man ein bisschen selber erfahren. In puncto Geschäftsführung, es ist auch so, es gibt klassischerweise die Personen, die von sehr früh wissen, sie wollen Geschäftsführer werden, sie wollen Chef werden, weil sie von zu Hause eine Firma im Hintergrund haben, die sie mal übernehmen werden oder weil sie eine Geschäftsidee haben, die sie antreibt und sagen, das möchte ich auf den Markt bringen. Es gibt sehr wenige, die sagen, ich bin Chef und ich möchte das auch nichts anderes werden oder auch sein. In meinem Fall war es anders, ich habe verschiedene Positionen ausprobiert und verschiedene Erfahrungen gesammelt und bin dann erst über diesen zweiten, etwas längeren Weg in die Position gekommen, mal ein Geschäft leiten zu dürfen, leiten zu können. Das war ein anderer Weg, eine andere Karriere und auf dem Weg dorthin kann man sich dann auch überlegen, wo ist denn mein Schwerpunkt? Will ich doch mehr in der Entwicklung bleiben? Möchte ich eine Fachkarriere machen? Oder macht es mir Spaß, mit Menschen zu arbeiten, Dinge zu organisieren, die Management und Führungsaufgabe wahrzunehmen? Und ich erlebe es immer wieder, dass ich Kandidaten habe, die sagen, ich möchte die Führung übernehmen und nach einem Jahr Mitarbeiterführung sagen die, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich würde liebend gern wieder an mich mit meinen technischen Problemen kümmern, aber was hier im Bereich Kommunikation, Menschen für ihre Herausforderungen kommen, da sind die überrascht oder sehr oft überrascht. Und diesen Absprung zurück in die Technik erlebe ich sehr häufig. Wie ist das Thema Führung? Führung ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also beim Management und Führung, um immer zu unterscheiden, beim Management geht es ja eh um das Thema Sachebene, Organisation von Prozessen, von Arbeitsabläufen, von Dingen, die erledigt werden müssen, reine Sachebene. Bei Führung geht es ja immer um die emotionale Ebene, es geht um den Menschen dahinter. Wie ist das eigentlich, wen will ich hier führen? Und Führung hat immer den Charakter der Motivation, der Integration, auch das Thema Sinnstiftung, warum will ich die Leute in die Richtung bewegen? Also ich habe meinen ganzen anderen Charakter dabei. Und Führung hat für mich ja nochmal einen viel höheren Sinn, da geht es eigentlich immer darum, die Menschen zu entwickeln, die Menschen in ihre Kraft zu bringen. Und das muss man zum einen mal mögen, zum einen kann man aber auch nicht jeden einfach nur, weil er sagt, ich mache jetzt Führung, auf eine Gruppe loslassen, sondern da hat man auch selber als Chef eine Verantwortung für seine Führungskräfte. Wen bestimme ich jetzt als Führungskraft? Und den kann ich ruhigen Gewissens auf meine Truppe loslassen, weil ich weiß, dass es im Sinne von der Team, von der Gruppe Leistung ist und nicht nur im Eigeninteresse von der Führungskraft. Also das ist ein wichtiges Thema zu sagen, wer will führen, wer kann führen und wen lasse ich als Geschäftsführer eigentlich auf meine Mannschaft los? Die große Verantwortung. Da kommt an.